Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil Two Point Campus. Ihr seht, liebe Freunde des Grundgeschmacks, ich habe ordentlich gebaut. Und der Grund, warum ich euch das jetzt nicht gezeigt habe, ist ein ganz einfacher. Ich habe sehr, sehr viel Zeit da jetzt reingesteckt, um überhaupt das so hinzugestalten, wie wir das hier sehen. Das hat mich jetzt ein bisschen Arbeit gekostet. Es sieht nicht nach viel aus. Aber bevor ich jetzt überhaupt dieses Gebäude hier hinten gekürzt habe, wollte ich ja eigentlich, also ich wollte ja so wenig wie möglich von diesem Gebäude kürzen. Weil es mir einfach wichtig ist, den Leuten dort viel Platz zu geben. Also das sollte schon sein. Aber wir mussten natürlich den Turnierplatz auch auf einer großen Größe halt machen. Der hat ja ein Grundmaß von 12x8 Kästchen und 12x8 ist nicht wirklich sonderlich viel. Und deswegen habe ich dort auch versucht, das ein bisschen größer zu bauen. Aber auch nicht so groß, dass wir jetzt hier in Bredouille kommen. Deswegen sieht das jetzt so aus. Und wie gesagt, habe ich alles im Hintergrund halt mal gemacht, ohne dass ihr damit zuschaut. Ich habe, wie gesagt, das Gebäude hier. Das habe ich auch nicht gekürzt. Ich habe die Eingänge versetzt. Wir haben jetzt hier unten noch einen kleinen Mitarbeiterraum hier, dass unsere Mitarbeiter, unsere Dozenten, unser Hausmeister, unsere Assistenten, dass die jetzt auch endlich mal einen Bereich haben, wo sie sich dann ausruhen können. Das ist der Plan gewesen bis jetzt. Und wir haben ganz viele Wünsche bekommen, die ich leider bis jetzt ablehnen musste, weil wir nämlich nicht wirklich so flüssig sind. Also ihr seht zwar, unsere Studiengebühren decken unsere Mitarbeitergehälter genau ab. Also da ist nicht mehr viel übrig. Deswegen haben wir nur als Gewinn unsere Mieten und unser ERF-Bonus. Und der ist jetzt nicht sonderlich hoch. Ich habe es aber versucht, ein bisschen halt, ja, ein bisschen sehr balancierter zu machen. Also dass wir wirklich halt noch Gewinn rauskriegen. Eine sehr provisorische Dusche habe ich hier gebaut. Weil wie gesagt, das hier unten, das gefällt mir absolut noch gar nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da muss ich nochmal ran. Und ich bin noch am überlegen, wie ich es mache. Weil das Studienjahr ist bald um. Und ich bin eher am überlegen, dass wir hier hinten, also dass wir alles, was mit dieser Vorlesung zu tun hat, dass wir das hier mit reinbringen. Dass wir das hier als Schlafbereich halt machen. Und weil das relativ zentral liegt. Das ist eigentlich vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und das habe ich mir halt alles im Hintergrund so ein bisschen ausgedacht. Weil kann man das nicht eigentlich so nochmal sehen jetzt hier. Management, genau. Also man sieht ja hier, hier ist ein Grundstück, hier ist ein Grundstück. Hier geht es halt weiter. Hier hinten auch. Hier auch. Und da ist, wenn wir sagen, hier das als Schlafbereich zu nehmen, das ist relativ zentral. Dann können wir nämlich hier bauen. Und wir können hier nochmal bauen. Und hier drüben auch. Und die Wege sind nicht allzu weit. Das ist, finde ich persönlich, glaube ich, noch ganz sinnvoll, wenn wir das so machen. So, wir haben hier weitere Sachen. Ja, ich lehne jetzt jetzt immer noch die Artillerie ab. Bericht tagt auf der Tür. Wir haben zwei neue Bewerber. Das ist alles superbe. Und wie gesagt, unser Jahr ist auch bald um. Wie gesagt, das, also ich stelle jetzt mal ein bisschen auf schneller. Weil ich gerne für unsere Umbaumaßnahmen, die ich diesmal mit euch zusammen aber machen werde, möchte ich ein bisschen Geld ansparen. Und dann werden wir hoffentlich hier hinten auch einen schönen Schlaf, äh, hier vorne einen schönen Schlafbereich machen. Und hier dann auch unsere Vorlesungsseele. Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt als nächstes benötigt wird. Dass wir zum Beispiel eine Aufenthaltsraumparty gewünscht, dafür brauchen wir einen Aufenthaltsraum. Ich möchte gerne noch eine Forschung bauen. Und, und, und. Leckerts Besuch. Ja, Stimmbeziehungen nehmen wir alles an. Und dann hoffen wir, das war, wenn wir jetzt dann ins neue Studienjahr starten, auch ein bisschen mehr für unsere Studenten geben können. Weil wir haben eigentlich weder ein Studierendenzimmer noch einen Aufenthaltsraum. Also die sind wirklich eigentlich gelangweilt, die Leute. Und das möchte ich eigentlich erinnern. Deswegen, ja, hier bin ich. Hurra. Guten Tag. So. Genau. Deswegen, wir lassen es jetzt erstmal schnell laufen. Und dann schauen wir, dass wir mit dem neuen Studienjahr dann neue Dinge anbieten können. Dann wissen wir übrigens auch, wie groß denn auch überhaupt unser Schlafbereich sein muss. Also wie viele Betten müssen wir zur Verfügung stellen. Das müssen wir ja alles noch jetzt mit bedenken. So. Wir haben jetzt mittlerweile einen guten Gewinn, beziehungsweise ein gutes Kapital von 104.000 Dollar. Damit sollten wir ja gut arbeiten können. Bin ich dem festen überzeugt. So. Dann sehen wir uns mal die Auszeichnungen an. Jahr 2 ist rum. 20 Studenten haben wir. Die bleiben auch alle da. Wir haben Campus des Jahres. Sehr schön. Auszeichnungen beenden. Sehr gut. Und wir gehen mal ins Menü rein. Und wir haben mittlerweile dann 30 Studenten fürs nächste Jahr. Und wir sollen, seht ihr da, zum Beispiel jetzt einen Kampfplatz wieder bauen. Ein Kampfplatz, das ist das hier. Das heißt, da müssen wir halt schon mal gucken, wie wir das machen. Und als erstes werden wir uns unseren Vorlesungssaal nehmen. Und wir werden ihn hier nach hinten bauen. Also, ihr seht, das ist eher ein Gebäudearmes Level. Also, da sollte man wirklich aufpassen, was man für Gebäude baut. So, wir werden das jetzt mal hier ein bisschen umdekorieren. So, zum Beispiel hier die Fenster. Können wir wegmachen. So, die Tür nehmen wir auch erst mal weg. So. Na, komm her. So, das nehmen wir erst mal alles hier raus. Bis auf die Tribüne. Nehmen wir das Tribüne. So, und dann setzen wir das hier neu rein. So. Zack. Zack. Und dann setzen wir die Tür hier hin. So. Und einen Rosenstrauch. Das gefällt mir alles hier nicht so wirklich, muss ich sagen. Dann haben wir hier den Vorlesungssaal. Und dann werden wir den Mitarbeiterraum, den nehmen wir uns auch mal. Der wird jetzt erst mal nach hier hinten hin buxiert. So, den lassen wir so. Die Klinik nehmen wir auch erst mal und packen die nach hier hinten hin. So, die werden wir dann auch nachher umbauen. Fehler beheben. Was ist denn für ein Fehler? Gibt's keine Fehler. Nicht erreichbar? Wieso ist das nicht erreichbar? Ich hab doch jetzt gar nichts anderes gemacht. Wollt ihr mich gerade fragen? Alba. So, die Tür werden wir noch verschubsen. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Kollision. Und was kollidierst du denn? So, lassen wir die Klinik jetzt erstmal so. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber gut. So, und dann werden wir hier vorne, den Platz, den müssen wir wahrscheinlich jetzt freiräumen. Bearbeiten. Und dann ist das, was ich hier so wunderschön hingezimmert habe, beim letzten Mal, hinfällig. Wieso? Jetzt mach ich jetzt mal die hier weg, die Tür. Und dann... Das weg. Das weg. Das weg. Und das weg. So. Dann haben wir erstmal das So und den Kampfplatz hier, den kopieren wir uns. Einfach mal. Oh, der passt ja gar nicht so rein. Muss man hier echt so rum hinstellen? Hm. Na, das finde ich als doof. Na gut. Dann werden wir ihn ein bisschen weiter nach hier hinten setzen. So. Und dann... ... legt er ebenfalls seinen Boden. So. Das sieht gut aus. So. Dann haben wir den schon mal und dann werden wir das hier als Raum jetzt machen. So. Den werden wir jetzt nochmal kurz bearbeiten. Wohl. Wir werden ihn bearbeiten. So. Was ist jetzt hier? Warum funktioniert das nicht schon wieder? So. Zack. Okay. Dann werden wir das jetzt als Schlafraum hier deklarieren. Das müssen wir mal kurz löschen, verkaufen. Ja. Bei 30 Studenten benötigen wir ja doch ein bisschen Platz hier. Dann werden wir hier weiterbauen. So. Und dann müssten wir mal gucken, dass wir das fein und schick und so weiter hinkriegen. So. Jetzt mal die Pflanze hier ein bisschen beiseite schubsen. So. Und das hier auch noch. So. 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 Und dann gehen wir hier weiter. Ich überlege, ob wir den hier noch weiter rüberschubsen. Und jetzt noch ein Vorprogrammeter Song, den ich nicht gewählt habe. Mal das jetzt hier noch so rübersetzen. Huch. Dann noch zwei hier. Doch, so kann man das lassen. Das ist okay. So. Das ist okay. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Aber was wir machen werden, ist die Tür. Die setzen wir jetzt hier in die Mitte rein. So. Und das hier müssen wir auch noch hier rübersetzen. Und dann... Und dann... Hm. Genau. Dann setzen wir die hier so in der Mitte hin. So ist das jetzt hier noch weiter. Ist das etwa noch breiter? Eins, zwei habe ich das... Nee. Zwei. Achso. Ha. Nee, das ist breiter. Na, wieso habe ich denn das gemacht? Hä? Wie geht denn das, dass das hier zweieinhalb Kästchen ist? Hm. Na gut. Dann müssen wir was anderes machen. Das gefällt mir aber auch nicht. Ach, Mann. Nee. Das gefällt mir nicht. Aber die Bereiche, dass sie jetzt so unterschiedlich groß sind, gefällt mir auch nicht. Dann müssen wir das Ganze jetzt hier einmal versetzen. Und das ist ein halbes Kästchen. Gut. Dann müssen wir was anders machen. Wenn das jetzt so groß hier ist... Nee, dann müssen wir was anders machen. Dann setzen wir das alles einmal hier um. Hier haben wir eine Frage von Kerben aus Fluttering. Hey Harrison, was war dein Lieblingsprojekt in der Schule? Tut mir leid, Leute, dass ihr das jetzt alle damit ansehen müsst. Und übrigens, Schule mag nicht seit Schwindeln sein, aber deswegen sind nicht alle Lehrer gleich böse Menschen. Das ist aber noch okay. Ihr werdet es alle überleben. Und dann machen wir den Eingangsbereich halt ein bisschen breiter. Dann passt das jetzt wahrscheinlich hier auch wieder. Ja, das sieht jetzt... Na, ha, ha, ha. Dann passt das wieder. Dann habe ich mich einfach nur verschaut. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Und dann mal gucken, wenn die Trennwand jetzt hier so dazwischen ist, ob dann die Leute trotzdem da noch reinkommen können. Weil, das können wir jetzt so als diese kleine Liebesecke hier nehmen. Es wurde doch dieses komische Bett gewünscht. Hm, nein, ich möchte nichts abbrechen. So. Es wurde doch dieses komische Bett gewünscht. Hier, das Bett dort. Und das können wir doch dann so wunderbar hier reinpacken, dass sie sich dort quasi treffen können. So. Guck mal, das sieht doch ganz gut aus, oder? Was sagt ihr dazu? Dann haben die so mit ein bisschen Privatsphäre. So getarnene Privatsphäre. Das ist doch ganz gut. So. Dann gucken wir mal. Da haben wir schwarz. Bopp, bopp, bopp. Dann kommt jetzt hier weiß. Weiß. Und dann kommt hier dunkel hin. Also dieses bräumliche, äh, dieses schwarze so rum. So, dann müssen wir hier noch weiß machen wieder. Zack. Zwei Schreibtische. Mal hier. Mal hier. Mal hier. Und hier Mülleimer. Dort Mülleimer. Und das einzige mit den Pflanzen hier, das ist natürlich ein bisschen doof. Hausmeister bei den Pflanzen. Hausmeister bei den Pflanzen. So. Und dann hier mal gucken. Zack. Genau. Das sieht ganz gut aus. Jetzt die Pflänzchen auf der Seite. So. So. Eine Pflanze hier. Und eine Pflanze dort. Und dann fehlt noch der Teppich. So. Der Grüne war bei dem Weißen. Oder? Ne. Der Grüne war bei dem Schwarzen. So. Wo ist ja jetzt wieder der Teppich in dir? Der Grüne war bei dem Schwarzen. Und bei dem Weißen war dieser hier. Dieser Gefleckte. So. Dann haben wir für 30 Studenten erstmal ein Schlafzimmer. Plus dann halt diese beiden komischen Dinger da. So. Und dich nehmen wir nochmal hoch. Und. Da kommt dann. Noch ein Spitten. So. Hier auch noch einen. Zack. Und noch ein paar große Fenster werden vielleicht ganz hinfuhr, oder? So. Wunderbar. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und das passt schon wieder nicht so. Dann setzen wir das Gnoss hin. So. Und warum sieht das hier mit dem Schrank so komisch aus? Also irgendwie. Oder kommt mir das nur so vor? Die Beden sind ja richtig. Machen die Beden mal weg. Jetzt sehen die besser aus. Komisch. Komik, komik. Da steckst du mal nicht mal nicht drinnen. So. Jetzt haben wir den Schlafsaal fertig. Mein Gott. Hab ich jetzt lange dran gesessen. Es tut mir leid. So. Wir starten jetzt. Starten wir jetzt neue Folgejahr? Neues Studienjahr? Wir starten. Das sieht zwar unten hier komisch aus, aber ich möchte ja auch noch ein bisschen was für euch machen. So. Wir haben neue Studenten und einen neuen Wunsch, eine Aufenthaltsraumparty. Sehen Sie es da? Das habe ich aber total vergessen, den zu bauen. Einen Dusch haben wir auch nicht. Na, das bauen wir jetzt auch nicht rein. So. Dann werden wir uns hier einen Duschraum hinpacken. Den werden wir auch rechter groß gestalten. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Duschen. So. Können wir die so groß machen? Ne, machen wir es einfach. So. Ne, kommt. Machen wir ein paar Duschen weg. So. Sieht schon ein bisschen besser aus. Und dann hätten wir gerne hier ein Poster und dort ein Poster und ein paar Waschbecken. Jetzt aus. Eins, zwei, drei, Handbuch halt da daneben. So. Und hier eins, zwei. Handbuch halt da daneben. So. Und eine schöne Pflanze. So. Haben wir ein Bad und dann sollen wir uns daneben auch noch gleich eine Toilette. So. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier und dort und zwei Trockner. Und hier und dort und zwei Trockner. So. Und dann können wir hier ein großes Fenster reinhängen. Seifenposter, die passen nicht mehr hin. Aber eine Pflanze, oder? Ja. Zack. Dann haben wir noch ein Badezimmer. So. Es sieht alles wunderbar aus. Prinzenattrappe können wir nicht machen. Prinzenattrappe können wir nicht machen. Drachenturm. Können wir nicht machen. Bücherregal der Rittersportwissenschaften. Das können wir machen. Mit 100 Kudosch freischalten. Das geht. Geht aus. Das können wir machen. So. Zack. Machen wir dort. Hier müssen wir auch noch was machen. Und was haben wir hier? Takt auf der Tür kommt vorbei. Definitiv. So. Und wisst ihr, was wir jetzt hier noch machen werden? Einen Aufenthaltsraum. Machen wir hier. Wir haben ja hier 10, 20, 30, 40, 50, 60 Studenten. Könnten wir dann später hier unterbringen. Und wenn wir gut sind, können wir hier nochmal einen weiteren Raum machen. Und wir sind gut. Das kriegen wir hin. So. Das heißt, wir werden hier einen kleinen Aufenthaltsraum hin machen. Und da gehen wir wieder nach unserem Schema vor. Und wir werden hier mit Trennwänden arbeiten. So. Und dort gibt es dann Mikrowellenplätze. Wir machen diesmal Farbe. Und dann hauen wir mal den Grauton hier. So. Eins, zwei, drei. Einen Kühlschrank. Zwei Kühlschränke. So. Und. Noch zwei Spülen. Zack. Und zack. Oh, die ist aber versetzt. Die Spüle. Ja, zack. Sehr schön. Genau. Wohl wisst ihr, was wir machen. Wir setzen das jetzt mal hier um. Und dann packen wir die Spüle links und rechts hin. Das finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. So. Das ging ja immer noch nicht, oder? Ne, ungültige Wand. Schade. Nun gut. Dann werden wir so machen, dass wir das hier hin machen. Die Freunde-Couch machen wir hier hin. Und dann war noch sowas wie eine Stehlampe. Ja. Zack. Und hier hätte ich gerne eine Hose. Und dann werden wir uns hier, hier und hier mit den Essens-Tischen hinbegeben. Und hier werden wir noch mal eine Darts-Scheibe hinstellen. Und dort gibt es noch mal eine Hose. Jetzt machen wir alles ein bisschen weiter zusammen. Gucken wir mal, da ist eine Hose-Hinstelle da hinten. Da kommt keine an. Natürlich nicht. Wer hätte es gedacht. So, dann setzen wir das alles mal um. So. Und jetzt? Immer noch nicht. Das ist ja ein Schmuh. Dann kommt hier eine Lampe. Kommt hier die Hose hin. Und dann hätte ich gerne noch eine Lampe. Die kommt dann hier hin. So. Das müsste jetzt passen. Und sieht hoffentlich auch gut aus. So, Mülleimer benötigen wir. Einen hier. So. Einen direkt neben Eingang. Desinfektionsspender. Und dann sollte das erst mal so hinhauen. Sehr gut. Wir haben einen Aufenthaltsraum. Der Wunsch nach einer Aufenthaltsraumparty. Das Event werden wir einrichten. Event planen. Hier im Februar sieht es gar nicht mal so verkehrt aus. Event suchen. Wir haben Rostprobleme. Wir haben Rostprobleme. Der Wunsch nach einem romantischen Film können wir machen. Event planen. Das werden wir hier im Juni hinpacken. Event planen. So. Der Wunsch nach einer Topftulpe. Bericht zum Takt auf einer Tür. Sieht gut aus. Invasionsbericht. Sieht gut aus. Drachenturm wird benötigt. Können wir nicht machen. Bilanz hervorragend. Und der Wunsch nach einer Topftulpe. Naja. Und eine Topftulpe. Gehört nach draußen. Dann werden wir die Topftulpen. Das ist ja ein Schmuh. Können wir die nicht hier hinsetzen? Ne. Die müssen wir echt. Wo können da die Topftulpen hin? Können wir die hier gleich direkt daneben setzen. Eins hier. Und eins dort. Ja, nicht schön, aber selten. Okay. Haben wir dort die Topftulpen hingepackt. Gut. Wie sieht irgendwie danach aus, als ob wir mal vielleicht noch sowas wie einen Hausmeister benötigen. Hm. Eigentlich nicht. Dich nehmen wir mal. Genau. Und der Wunsch nach einem Kicker ist da. Das Objekt, der werden wir noch platzieren. Kann man die eigentlich auch so schräg. Ah, die kann man auch schräg reinsetzen. Sehr gut. Dann werden wir den so schräg reinsetzen. Und wisst ihr, was wir in diesem Raum eigentlich noch total vergessen haben? Fenster. Das sieht sonst ja ganz schräglich aus. So. Genau. Zwei große Fenster. Und hier in der Ecke setzen wir nochmal zwei kleine Hemden. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. So, dann haben wir alles gut hingekriegt, wie wir was wollten. So. Doch, das gefällt mir. Wir haben jetzt hier einen Aufenthaltsraum. Wir haben hier Bereiche, die gut passen würden für 60 Studenten. Oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, sechs mal, äh, zehn Studenten sind, 60 Studenten könnten also da Platz finden, wenn wir hier noch weitere Betten bauen. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Wir haben hier unsere Ritterturniere, unsere Turnierplätze. Ach nee, das war nicht der Turnierplatz, der Kampfplatz. Hier ist der Turnierplatz. Hier hinten müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Wir sollten vielleicht noch ein paar Mitarbeiter einstellen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Gerade für den Fall der Fälle wie hier, dass die alle Pause machen und den Pausenraum müssen wir noch verschönern. Also da sind wir noch ein bisschen mit beschäftigt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet, Entschuldigung, ihr hattet wieder ganz viel Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ach Gott, ich stoße gerade nur auf. Abonnieren, kommentieren, Like nicht vergessen. Da würde ich mich wie immer sehr drüber freuen. Ansonsten, ja, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.